Ich frag mich selbst, was wär ein Tod gewesen, wie eine Prosse? Und gewiss hätte, ach, für den Irrtum, mein Herr, für die Tat des hebräischen Gottes ausgegeben. Amen. Nein, möcht ich wissen, was ich dir tut. Amen. Das ist die beste Antwort. Ja, nur weil wir stücklich verlieren können, halten wir fest und gressen's Haus. Und so wie klein ist, bis zum zerplatzen. Ja, nur weil wir so klein sind, wie sie so schön durch sieben Fels zu sterben. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020